Durchsuche unterschiedliche Behälter. Also insgesamt müsst ihr vier Behälter durchsuchen. Ich würde euch empfehlen zum Beispiel hier bei Königlicher Zwischenstopp zu landen. Hier habt ihr normalerweise wenig Gegner. Also Behälter sind zum Beispiel Obstkisten. Hier habt ihr zum Beispiel den ersten Behälter. Dann habt ihr hier die Kasse, das wäre der zweite Behälter. Hier habt ihr noch eine Kühlbox, das wäre der dritte Behälter. Wenn ihr hier ins Gebäude reingeht, habt ihr Behälter 4, also eine normale Truhe. Ansonsten könnt ihr hier weitere Truhen finden. Findet ihr einen Holoschlüssel, könnt ihr hier auch die Holokiste öffnen. Rutscht zum Beispiel hier runter, geht jetzt hier auf den Steg raus, dort findet ihr noch ein Angelfass. Und zusätzlich habt ihr hier auch noch Munitionskisten.